Hey, ich bin's, Hayley. Dachtet ihr etwa, das Drama endet, wenn ich die Schule abgeschlossen habe? Ha, als ob! Das Drama scheint einen Weg zu haben, mich zu finden. Die Träume von mir und meinen Swing-Club-Freunden führten uns alle in verschiedene Richtungen. Anna und Kurt gingen nach New York, um die Musikrichtung, die sie liebten, weiter zu studieren. Während ich und Phil nach L.A. zogen, um uns dort am College einzuschreiben. In L.A. zu leben war fantastisch, aber auch harte Arbeit. Es war nicht nur schwierig, es in der Musikindustrie zu schaffen. An einem Ort, an dem alle andere das Gleiche zu wollen schienen. Sondern ich sah meinen Ex-Freund Eric und das Mädchen, für das er mich verlassen hatte, Clara, überall. Auf Plakaten in der Stadt, in Zeitschriften, im Fernsehen und überall anders. Aber egal. Glücklicherweise schaffte es Phil, uns ein paar Auftritte in Cafés und ein paar Bars zu besorgen. Wir gaben immer unser Bestes, auch wenn der Veranstaltungsort oft leer oder voller Betrunkener war. Wir hielten durch, aber es war harte Arbeit und von dem Geld unserer Auftritte blieb kaum etwas übrig, nachdem ich die Miete und die anderen Rechnungen bezahlt hatte. Phil verkaufte einige seiner Songs, wodurch er mehr Geld verdiente als ich. Deswegen bestand er darauf, den Großteil unserer Arbeitssachen zu finanzieren. Ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen, aber ich hatte keine andere Wahl. Also konnte ich nur versuchen, noch härter zu arbeiten. In der Hoffnung, dass ich bald auch mithelfen könnte, damit Phil das Team nicht mehr alleine tragen müsste. Als wir an einem Abend unser Set in der protzigen Lounge beendeten, in der wir jeden Donnerstag auftraten, kam der Manager zu uns rüber und sagte zu mir, Tolle Show, Leute. Wie immer. Könntest du deine Garderobe vielleicht ein bisschen aufpeppen, Hayley? Du trägst seit Wochen immer die gleichen drei Kleider. Ich glaube, unsere Gäste finden das ein bisschen langweilig. Ich war sprachlos. Das war wirklich demütigend. Ich wusste nicht, wie ich antworten sollte, also zwang ich mich zu lächeln. Dann meldete sich Phil zu Wort. Verstanden. Hayley wird nächste Woche in einem brandneuen Kleid erscheinen. Das schien den Manager zufriedenzustellen, denn er nickte uns zu und ging. Ich wandte mich an Phil. Warum hast du das gesagt? Wir nehmen doch nächste Woche einen neuen Song auf. Erinnerst du dich? Ich spare immer noch das Geld für die Aufnahme. Wie kann ich mir ein Kleid leisten? Da lächelte Phil und klopfte mir auf die Schulter. Mach dir keine Sorgen. Ich übernehme das. Ich habe gerade meine Tantiemenzahlung erhalten. Lass uns ins Einkaufszentrum gehen, ja? Dann zerrte er mich hinter sich her. Ich wusste, dass Phil es nur gut meinte, aber um ehrlich zu sein, fühlte ich mich wirklich schlecht bei der ganzen Sache. Phil schien irgendwie alles auf die Reihe zu bekommen. Während ich so knapp bei Kasse war, dass ich mir ohne seine Hilfe nicht mal ein neues Outfit leisten konnte. Meine Güte, wann war ich nur so nutzlos geworden? Als wir zum Einkaufszentrum gingen, bombardierte Phil mich mit Fragen über die Art des Kleides, das ich wollte. Wollte ich ein langes oder ein kurzes, aus Satin, Pailletten? Ich konnte keinen Enthusiasmus vortäuschen, nicht, wenn ich mich so deprimiert fühlte. Als er meine Stimmung spürte, fragte er Hey Hayley, was ist denn los? Ich sagte, du sollst dir keine Sorgen ums Geld machen. Ich kaufe das Kleid für dich. Ich antwortete Es ist nur so, dass es mir so leid tut für dich. Ich bin wie eine Art Last, während du offensichtlich gut alleine zurechtkommen könntest. Ich verstehe, wenn du lieber alleine weitermachen willst. Er schwieg eine Minute lang, aber dann legte er seinen Arm um mich und sagte Es tut mir leid, Hayley. So habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ich bemitleide dich nicht oder so. Ich helfe dir, weil wir Freunde sind, okay? Und ich weiß, du würdest dasselbe für mich tun. Ich schätze, er hatte recht. Freunde halfen sich gegenseitig. Und natürlich hätte ich dasselbe für ihn getan, wenn der Spieß umgedreht worden wäre. Dann sagt er etwas, das ich nicht erwartet hatte zu hören. Außerdem geben mir die Songs, die ich verkauft habe, das Gefühl, dass ich einen Teil meiner Seele weggebe. Sie sind nicht das, was ich schreiben will. Sie sind nur dazu da, Geld zu verdienen. In der Zwischenzeit arbeite ich lieber mit dir, weil wir den gleichen Geschmack haben und deine Stimme einfach großartig ist. Unsere Zeit wird kommen. Ich glaube fest daran. Als ich diese Worte hörte, machte mein Herz einen kleinen Hüpfer. Ich war so dankbar, dass ich Phil hatte. Und wie er glaubte ich auch, dass ich unsere harte Arbeit am Ende auszahlen würde. Und so war es auch. Unsere Zeit war gekommen und sogar viel früher, als wir erwartet hatten. Eines späten Abends hatten Phil und ich in unserem Studio, naja, um genau zu sein, in einer kleinen Ecke in Phils Zimmer, mit einem Text für einen Song zu kämpfen. Plötzlich klingelte mein Handy, es war Anna. Und kaum hatte ich abgenommen, schrie sie, Herzlichen Glückwunsch! Oh mein Gott! Warum hast du mir nichts gesagt? Sie war so laut, dass ich den Hörer vom Ohr weghielt und dann sagte, Was hab ich dir nicht gesagt? Anna, beruhig dich! Du weißt es noch nicht? Dein Lied, äh, Memories. Es ist auf Platz 8 der iTunes-Charts. Du musst sofort nachgucken. Bist du sicher, dass es nicht der Song von jemand anderem ist? Verarsche mich nicht. Du weißt, dass das kein lustiger Scherz ist. Schau doch einfach selbst nach, Hayley! Phil recherchierte schnell auf seinem Laptop und es stellte sich heraus, dass es stimmte. Wow! Unser Song war wirklich in den Charts! Wir schrien alle aus vollem Halse. Es fühlte sich so unglaublich an. Kurt's Glückwunsch-Nachricht kam gleich danach. Ich wusste zwar, dass die Anzahl unserer Plays gestiegen war, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass unser Name mal in den iTunes-Charts stehen würde. Und das war erst der Anfang. Bald meldeten sich jede Menge Plattenfirmen bei uns, darunter auch einige große. Es war alles so überwältigend. Alles passierte auf einmal. Aber so aufgeregt wir auch waren, mussten Phil und ich uns gegenseitig sagen, dass wir einen kühlen Kopf bewahren. Und die Sache wirklich durchdenken sollten. Denn dies war eine große Entscheidung, die unser Leben verändern würde. Nach reiflicher Überlegung unterschrieben wir bei Daystar Records einen kleinen, neu gegründeten Plattenlabel. Dean, der CEO, war recht jung, aber ein talentierter Mann, der schon für viele große Labels gearbeitet hat. Und wir glauben, dass er unsere Vision am besten verstand. Wir hatten uns dafür entschieden, die Leidenschaft an die erste Stelle zu setzen, über den Ehrgeiz nach sofortigem Geld und Ruhm. Und unser Neuanfang mit Daystar machte sofort an dem Tag Schlagzeilen, an dem wir den Vertrag unterzeichneten. Sowohl unsere Familien als auch unsere Freunde vom Swing Club überschwemmten uns mit Glückwunschbotschaften. Endlich, Träume können also wirklich wahr werden. Ich konnte es immer noch nicht fassen. Den ersten Tag, an dem wir tatsächlich bei Daystar Records als deren Künstler arbeiteten, bin ich buchstäblich den ganzen Weg dorthin gehüpft. Das ist kein Scherz. Dean wartete schon an der Tür, um uns zu begrüßen. Dann führte er uns herum und stellte uns allen vor. Neben verschiedenen Übungsräumen wurde uns auch ein eigenes kleines Studio zur Verfügung gestellt. Nun hatte Phil einen Platz für sein Equipment und um seine Songs ordentlich zu produzieren. Dean verschaffte uns sogar Auftritte in einigen TV-Shows und organisierte einige Interviews. Das half wirklich, unsere Fanbase zu vergrößern und die Leute begannen uns auf der Straße zu erkennen. Es war so verrückt. Ich war nur ein normales Mädchen mit einer Liebe zur Musik gewesen und jetzt hatte ich echte Fans. Eines Tages stand ich in der Gesangskabine und übte meinen Text, als ich ein Klopfen an der Tür hörte. Ich öffnete sie und sah, dass ein Mitarbeiter einen riesigen Strauß lila Pfingstrosen in der Hand hielt. Meine Lieblingsblumen. Ich öffnete die Karte, die an ihnen hing. Hayley, du bist wie diese Blumen erblüht. Bitte vergiss nie, wie bezaubernd deine Stimme ist und lass deine Träume nie los. Ich weiß, dass du bald ganz oben ankommen wirst. Ich glaube an dich. Ich drehte die Karte um, aber es stand kein Name drauf. Vielleicht waren sie von meiner Mutter und sie hatte vergessen, ihren Namen darauf zu schreiben. Oder vielleicht waren sie von einem Fan? So oder so, ich war tief gerührt. Ich bewahrte die Karte in meiner Handtasche auf, als Erinnerung daran, weiterzumachen. Für mich selbst und für die Menschen, die mich unterstützen und an mich glauben. Die nächsten Monate vergingen wie im Flug und ich war zufrieden damit, wie sich mein Leben in der Stadt der Engel entwickelte. Es gab jedoch eine Sache, die mich störte. Wahrscheinlich war es nichts, aber Dean machte mich ein wenig unruhig. Es waren wirklich kleine Dinge, wie zum Beispiel, dass er mir Kaffee brachte, wenn er wusste, dass ich im Übungsraum war. Und an den Tagen, an denen ich spät von der Arbeit kam, schrieb er mir eine Nachricht und fragte, ob ich gut nach Hause gekommen sei. Er schlug sogar vor, ein Klappbett für das Studio zu besorgen, damit ich dort übernachten konnte, wenn ich es wollte. Ja, ich weiß, er wollte wahrscheinlich nur nett sein. Aber immerhin war er ein verheirateter Mann. Ich sah ihn nur als einen großen Bruder. Ich fühlte mich jedes Mal unwohl, wenn er sich mir gegenüber so verhielt. Ich wollte keine Grenze überschreiten. Also hielt ich es für das Beste, mich so weit wie möglich von ihm zu distanzieren. Eines Tages gab es eine Album-Release-Party für einen sehr berühmten Sänger und Dean wollte, dass ich und Phil mitkamen. Die Party war riesig. Ich wusste, dass viele andere Berühmtheiten dort sein würden. Und es wäre eine tolle Chance für uns, neue Kontakte in der Branche zu knüpfen. Ich sprang vor Aufregung auf und ab und schüttelte Phil's Arm. Oh mein Gott, wir müssen... Dann meldete sich Phil zu Wort. Ich glaube, ich passe. Du solltest Hailey mitnehmen. Ich stehe nicht auf diese Art von lauter Party. Sorry. Ich beende lieber den Song, an dem ich arbeite. Ich schicke dir bald das Demo. Daraufhin antwortete Dean. Kann ich verstehen. Ich bin auch nicht so scharf auf diese Partys. Aber es ist Arbeit für mich, weißt du? Dann wandte er sich an mich. Ich hole dich dann von hier ab. Morgen um acht, okay? Ich war sprachlos. Ich würde auf keinen Fall zu der Party gehen, wenn Phil nicht mitkam. Ich meine, es wäre so peinlich, wenn nur ich und Dean hingehen würden. Also antwortete ich schnell. Ähm, ich glaube, ich kann auch nicht mitkommen. Mir ist gerade eingefallen, dass ich morgen einen Termin habe. Ich komme das nächste Mal mit. Ich zwang mich zu einem Lächeln. Dean startete mich eine Sekunde lang mit Verwirrung in seinen Augen an, bevor er sagte... Oh, das ist wirklich schade. Das könnte eine große Chance für euch sein. Sagt mir Bescheid, wenn ihr eure Meinung ändert, okay? Dann ging er. Ich hatte natürlich null Termine und ich war traurig, die Party zu verpassen. Aber ich fühlte mich nicht wohl in Deans Nähe und es würde sicher bald eine weitere Chance geben. Später an diesem Tag, als ich gerade nach Hause gehen wollte, hörte ich, wie mich jemand von hinten rief. Hayley, warte mal. Ich muss dir etwas sagen. Oh nein, das klang wie Dean. Oh je, was hatten wir denn zu besprechen? Oh nein, das klang wie Dean.